Ja liebe YouTube-Freunde, wer läuft oben im Bauerhaus hier? Bauerhaus im Shopping-Zentrum. Aber ins Gold ist besser. Ja liebe YouTube-Freunde. Bauerhaus im Skigebiet. Gwindelwald. Männlichen. Hier oben ist es neblig. Nicht so schön zu fahren. Ich hoffe wir finden die Piste. Hier bei uns. Simone und Stefanie fahren hier mit mir. Ja liebe YouTube-Freunde. Es hat schon einen schönen Tag gegeben zum Skifahren oder Snowboarden. Neblig und es schneit. Und jetzt fahren wir hier wieder rauf. Ja voll mit der Suppe da. Macht keinen Spass. Ich treffe einen schönen Tag. Und jetzt fahren wir dann mit der Spanik. Du fährst jetzt. Und jetzt fahren wir jetzt mal. Ich habe ein bisschen was publicly verabschiedet. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Es kommt die Stefanie. Ich bin unter Freundin Pause, für den Bauerhaus gibt es einen Kaffee Amaretto. Simon nimmt eine auch von und Stefanie will nicht gefilmt werden, aber sie denkt eine Rivella. Eigentlich sollte ich einen Flying Hirsch trinken. Dann könnte man über die Scheisse wegfliegen. So, jetzt fahren wir noch mit der Bahn auf die Brandec rauf. Ja, liebe Jutta-Freunde, ich war da vor Jahren schon auf dieser Bahn und bin raufgefahren bis auf Top of Europe. Jungfrau Joch, sucht mal meinen Video, dann empfehle ich euch Top of Europe vom Bauerhaus. So, und jetzt gibt es noch Apfelküchle und Kaffee. WDR 2